Also ich kam ins Hotel heute, da hingen schon am Eingang Schilder Maulkorbzwang Desinfektionsmittel und ich dachte, oh Gott, so war das doch bisher in Cannes der Hotels auf meiner Reise. Es waren ja bisher nur zwei. Dann kam ich an die Rezeption, maskenlos, wie immer. Und da war diese äußerst freundliche Rezeptionistin, sie hatte den Maulkorb an, aber die Nase war nackt. Ja, und während ich diese Formulare ausfüllte zum Einchecken mit Ausnahmesnummer und so weiter, wie das ist beim Einchecken, da gab es mir ein zweites Formular mit lauter Fragen, ob ich denn in den letzten 14 Tagen Krankheitssymptome oder so hatte. Und ich war überhaupt nicht krank in letzter Zeit. Und dann war die auch ganz cool und sagte, ja, das ist bescheuert. Das müssen wir jetzt ausfüllen, aber es ist bescheuert. Und wo sie recht hat, hat sie recht. Und sie hat mich auch nicht verdonnert, eine Gesichtswindel überzuziehen. Gerade kamen mir zwei Deutsche entgegen. Und sie trugen Gesichtswindeln. In Restaurants wird man weder gezwungen, seine Kontaktdaten in irgendeiner Form abzugeben, noch sind hier irgendwelche nervigen Hinweise auf dem Fußboden oder irgendwo sonst, wie man sich verhalten soll. Diese ganzen Verhaltensregeln in Deutschland gerade, die erinnern mich ja sehr an meine Oma. Eines Mittags kam ich von der Schule nach Hause und mein ganzes Zimmer war tapeziert mit Bindemregeln. Die habe ich dann sofort entfernt. Die Normalität hier gefällt mir sehr, sehr gut. Es lebe das normale Leben. Übrigens habe ich hier in Polen noch keinen Markt und noch kein Geschäft gesehen, wo so extensiv Masken vertickt werden wie in Deutschland. Also hier 15 Meter Abstand, pardon, 1,5 Meter Abstand, 20 Sekunden Hände waschen, in die Armbeuge oder ins Taschentuch husten. Haben euch das eure Eltern auch beigebracht oder nicht? Müsst ihr es erst jetzt lernen. So ein paar Maulkorb-Träger sind hier. Aber das Gros der Leute auf der Seebrücke ist maskenlos. So hier könnt ihr euch gepunktete Masken aussuchen oder Masken mit gar nichts drauf, blaue Masken mit weißen Punkten, weiße Masken mit rot, grau, gelben Punkten. Also stylisch. Insgesamt habe ich hier in Hell, aber wenn es hoch kommt, nur zwei Leute mit Maske gesehen. Die Polen sind klug. Ich bin an Bord einer Fähre nach Danzig. Keine Maskenpflicht an Bord. Das war schon sehr skurril eben, wie die Damen mit so einem Gerät auf mich zukamen und Temperatur messen wollte. Die Erhöhung der Gruseligkeit ist hier wirklich erreicht. Das Frühstück wird mir wohl morgen an der Rezeption serviert, abgepackt. Ich werde mich wieder melden. Aber ich möchte ja am liebsten eine Kehrtwende machen, wenn ich das Zimmer nicht schon bezahlt hätte. Sorry. Das ist nun fast drei Jahre her, dass ich das erste Mal in Danzig war. Das kommt mir noch gar nicht so lange hervor. Ja, die Welt war definitiv anders damals. Letztes Maßnahmen-Update der Polenreise. Hier wurde das Frühstück an der Rezeption abgepackt rausgegeben. Die Dame, die mir das gegeben hat, trug keinen Maulkorb im Gegensatz zu ihrer Kollegin gestern Abend. Ja, und die hat der ganzen Sache wirklich die Krone aufgesetzt, als sie dann mit dem Fieberthermometer auf mich zukam, um bei mir Temperatur messen zu wollen. Ich hätte das zu gerne gefilmt. Ich habe ihr ja gesagt, so, das filme ich jetzt. Aber dann kam sie nicht wieder mit dem Thermometer. Das habe ich ja gestern Abend auch so aufgenommen. Und schade, dass ich das nicht dokumentieren konnte mit dem Fieberthermometer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.